Also heute ist endlich mal wieder Fasching im Bayerischen Landtag. Unsinniger Donnerstag, traditionsgemäß kommen da Garten- und Prinzenpaare aus ganz Bayern, aus allen Landesteilen und jetzt wird richtig gefeiert. Das gehört auch dazu und ich kann nur sagen, Vorsicht, die Präsidentin ist unterwegs. Ich hab schon Beute. Ich hab schon mal wieder Fasching im Bayerischen Landtag. Musik Musik Musik